Ja, schönen guten Abend. Kurze Frage, wie viele von Ihnen haben es denn manchmal mit richtig schwierigen und komplizierten Menschen im Leben zu tun? Wenn Sie sich jetzt kurz umgucken, die, die nicht die Hand gehoben haben, das sind meistens die schwierigen und komplizierten Menschen. Schauen Sie mal, sehen Sie das? Das ist so der, der auf die Erstansprache nicht reagiert. Ne, solche Leute kennen Sie. Und über die möchte ich gerne mit Ihnen ganz kurz reden. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll mich kurz vorstellen, wenn ich vor Menschen spreche. Das mache ich ganz kurz. Sie haben gerade schon ein bisschen was aus meiner Vita gehört. Ich komme aus der schönsten Stadt Deutschlands, steht da, Wuppertal. Das macht das Ganze mit dem Kindergartenwechsel nicht besser. Wie viele von Ihnen mussten denn mal die Schule wechseln? Oh, wunderbar, Brüder im Geiste. Wie viele von Ihnen waren auf mehr als fünf Schulen? Ja, also ich war nicht nur auf zwei Kindergärten und die musste ich auch brutal verlassen, sondern ich war auch auf insgesamt fünf Gymnasien und dann haben mich meine Eltern durchs Abitur getreten und dann habe ich irgendwann meinen Eltern eine Frage gestellt, weil Eltern, wie viele von Ihnen sind Eltern? Okay, wie viele von Ihnen sind sich nicht ganz so sicher? Da war ein bisschen in der ersten Reihe war sehr zögerlich auch nebeneinander, aber das ist wieder ganz anderes Thema, anderes Seminar. Die, ja, ich spreche über viele Dinge. Auf jeden Fall Eltern und jetzt habe ich selber auch einen kleinen Sohn, der heißt Emil. Wir wollen ja eigentlich nur das Beste für unsere Kinder und das wollten auch meine Eltern von mir. Und ich erinnere mich noch an den Tag, als ich zu meinem Vater gesagt habe, Papa, wir sitzen in der Küche, Wuppertaler, ich möchte gerne mal professioneller Sprecher werden. Und dann hat mein Vater gesagt, das werde ich nie vergessen, was wolltest du machen? Sprechen? Mit wem sprechen? Ich sage, das weiß ich noch nicht, aber ich habe gerade so ein Buch gelesen von Napoleon Hill mit dem Titel. Da hat es auch einer gelesen, der Fan, der immer mitfährt. Er hat es auch gelesen. Think and Grow Rich. Und dieses Buch hat damals mein Leben verändert und ich habe meinen Eltern immer Fragen gestellt. Deshalb musste ich auch auf so viele Schulen gehen. Ich war so ein nerviger Junge. Ich habe immer gefragt, warum. Kennen Sie Leute, die immer nach dem Warum fragen? Und ich frage mich seit Jahren, stelle ich mir eine einzige Frage und das ist das erste Bild. Warum fällt dem einen Menschen alles im Leben zu? Wie viele von Ihnen kennen solche Leute? Okay? Sie wissen es nicht so genau, oder? Und wie viele von Ihnen kennen auch Menschen, da ist immer alles furchtbar. Da ist immer alles grau und furchtbar. Ich kürze es mal kurz ab. Es gibt Menschen, die kommen in den Raum rein, da geht das Licht an und es gibt Menschen, die kommen in den Raum rein, da kennt das Licht aus. Wie viele von euch kennen solche Menschen? Und denen würde ich gerne nur für die nächsten paar Minuten eine Begrifflichkeit geben. Und ich habe irgendwann mal mit meiner Frau zusammengesessen und wir haben uns, wir haben ein großes, eine große Sache für uns entschieden. Wir möchten gerne ein Leben führen, was erfolgreich ist. Mit Menschen, die uns nach oben ziehen, anstatt nach unten zu drücken. Wie viele von Ihnen hätten das gerne? So ein Umfeld von Leuten, wo man über Zukunft und Fortschritt spricht und nicht Menschen, die so ihren Körper irgendwo mit hinbringen. Kennen Sie die? Ja? Kennen Sie solche Leute? Wie viele von Ihnen arbeiten so richtig für Geld? Also wo man so hingeht morgens? Wie viele von Ihnen machen das? Also so morgens? Kennen Sie so Leute, die ins Bürogebäude reinkommen und saugen die Energie beim Reinkommen ins Gebäude raus? Kennen Sie die? Kennen Sie die? Ich würde denen gerne nur für die nächsten 20 Minuten einen Begriff geben. Ich nenne solche Menschen Bewohner. Und Bewohner, das sind also die, die den anderen die Luft wegnehmen. Und Bewohner sind unglaublich clever und gefährlich. Und jetzt möchte ich kurz über unser Gehirn sprechen. Erstmal, ich arbeite gerne mit Superlearning. Superlearning bedeutet, kurze Frage, wann können wir uns mehr merken? Können Kinder schneller lernen oder Erwachsene? Das war jetzt sehr vorhanden. Können Kinder schneller lernen oder Erwachsene? Kinder. Jetzt haben wir schon angefangen. Also wenn ich was vorsage, wäre das super, wenn Sie das nachsprechen, weil dann können Sie sich das merken. Wir probieren das einfach mal. Also meine Frau und ich haben uns entschieden, ein Leben ohne zu führen. Und es ist so faszinierend, unser Gehirn. Wir wollen immer den Kreis zumachen. Und das ist unglaublich anstrengend, weil die Bewohner sind ziemlich tricky, weil wir haben im Gehirn, jetzt machen wir kurz Hirnforschung, sogenannte Spiegelneuronen. Wie heißen die Dinger? Spiegelneuronen. Auf jeder Party der Knaller. Spiegelneuronen, alles dabei heute. Und die Spiegelneuronen, sie lachen noch. Spiegelneuronen, ja, der Fan wieder, ne, er klatscht. Ist unglaublich. Die Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich, das Umfeld, in dem wir sind, zu spiegeln. Also mit dem Erfolg ist es gar nicht so schwer. Weil wenn man sich immer nur mit beschäftigt, wird man auf Dauer zum ist gar nicht so schwer. Schnallen die meisten Leute aber nicht, weil Bewohner sind ziemlich tricky und die sind überall. Dass das mit den Spiegelneuronen funktioniert, kann ich Ihnen am folgenden Beispiel zeigen. Wie viele von Ihnen haben das schon mal gesehen, dass Hunde manchmal aussehen wie ihre Herrchen und umgekehrt? Kennen Sie das? Ich will Ihnen das nur einmal kurz zeigen. Das ist faszinierend. Ja, das ist absolut faszinierend. Ich sage Ihnen, warum das faszinierend ist. Wegen der, wie heißen die Dinger nochmal? Ich habe ja eine zertifizierte Lernbehinderung. Ich muss immer alles wiederholen. Spiegelneuronen. Ne, Bewohner war das andere. Meine Herren. Also, wir haben Spiegelneuronen, die sorgen dafür, dass wir so sind wie unsere Umgebung. Und da habe ich mir mal irgendwann gesagt, also da dürfte ich eigentlich mit nie widersprechen. Und jetzt ist das richtig gemeine, die sind überall. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Oder wie Sie die am allereinfachsten erkennen, ist folgendes. Wie viele von Ihnen kennen denn Menschen, die ins Büro kommen und die sogenannte Bewohner Geräusche machen? Ich zeige Ihnen das mal. Also die Tür geht morgens im Büro auf und da kommt einer rein. Das erste Geräusch. Kennen Sie dieses lange Ausatmen von Kollegen? Kennen Sie das? Wie viele von Ihnen kennen denn Kollegen, die montags zahnen, dienstags rücken, freitags bein und die jeden Tag andere Schmerzen haben? Kennen Sie die? Jeden Tag was Neues. Was sind denn das? Das sind alles Bewohner. Und wissen Sie, was die Bewohner von Ihnen wollen? Ist total einfach. Aufmerksamkeit und Anerkennung, weil das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Was wollen die haben? Und wessen denn? Meine. Um das Ganze hier zu verstehen, brauchen Sie nicht besonders intelligent zu sein. Nur clever. Ist ganz wichtig. Sagen Sie mal kurz Ihrem Nachbarn, der neben Ihrem Sitz, gibt noch Hoffnung für dich. Sagen Sie mal kurz. Ist alles total einfach. Hauptding, was Sie lernen müssen. Es gibt eine ganze Menge Bewohner. Und dann gibt es noch andere Typen. Kommen wir gleich zu. Ich möchte Ihnen noch ein Bewohnerbeispiel geben. Also wir haben es schon gesagt, die bringen ihren Körper irgendwo mit hin und meine Frau und ich, wenn wir irgendwo eingeladen sind, das ist jetzt nicht wie bei normalen Leuten, weil meine Frau ist so eine ganz liebenswürdige. Rita heißt die. Wie heißt die? Ich vergesse es immer. Und Rita und ich, wenn wir eingeladen sind, dann sieht es ungefähr so aus. Die setzt mich dann zu Hause auf die Couch und sagt, Tobi, pass auf. Da, wo wir jetzt hinfahren, sind ganz normale Leute. Die wissen nicht, was du beruflich machst und bitte, bitte raste nicht aus, wenn ein. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich einen sehe, dann. Nein, das ist kein Witz. Das machen wir immer so. Sie lachen, Sie glauben mir nicht. Das machen wir seit Jahren so. Und dann gibt die mir das Zeichen und dann verspreche ich, ihr lieb zu sein. So. Und jetzt folgende Situation werde ich nie vergessen. Meine Frau im achten Monat schwanger, wir eingeladen auf dem 30. Geburtstag. Freunde, pass auf, das ist der absolute Knaller. Wie viele von Ihnen kennen Partys, wo alle in der Küche sind, Wohnzimmer leer? Kennen Sie? Ja. Wir kommen da rein, 20 Leute in der Küche. Zu spät waren wir. Frau war schwanger. Ich mache die Tür auf. Ich sage, NABEND! Weil ich habe mal in einem Buch gelesen, wenn zwei Personen sich treffen, gewinnt immer der, der mehr Energie hat. Können Sie sich auch merken. Also, wenn zwei Personen sich treffen, gewinnt immer der, der mehr? Unglaublich, was ich alles merken könnte. Das Gehirn ist fasziniert. Also, auf jeden Fall, ich komme da rein. Alle Leute gucken mich an. Die beruhigen sich irgendwann wieder. Und jetzt folgende Situation. Ich stehe an so einem Buffet. Da gab es Schichtsalat. Auf Partys, wo Schichtsalat ist auch wieder ein anderes Thema. Aber darf man ein. Auf jeden Fall steht ein Typ neben mir. Den habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Noch nie. Ich weiß aber schon psychologisch, was der von mir will. Was will der noch mal haben? Aufmerksamkeit und Anerkennung. Da sagt der folgende. Das ist kein Witz. Du musst ein bisschen vorsichtig sein. Wie viele von Ihnen kennen Menschen, die durch die Zähne reden? Kennen Sie die? Sokrates hat in seinem zweiten Buch geschrieben. In welchem Buch? Auf Seite 4. An der Stimme wirst du sie erkennen. Wen? Pass auf. Jetzt gibt es einen Anti-Bewohnersatz. Wenn du den sagst, lassen die dich in Ruhe für immer. Weil wir sind ja die Summe von denen. Deshalb wollen wir ja nicht so werden. So viel haben wir verstanden. Richtig? Ja. Okay. Wie viele von Ihnen mögen? Darf ich du sagen? Nur für ein paar Minuten. Ist es okay, wenn ich du sage? Nach der Veranstaltung entscheiden wir dann das mit dem Duo. Für jetzt einfach. Also. Wie viele von euch hätten gerne einen Satz, damit dich die Bewohner für immer in deinem Leben in Ruhe lassen? Okay. Hier ist der Satz. Pass auf. Er also. Ich. Für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Ja. Er. Verstehen die Bewohner nicht, ne? Er. Wie meinst du das? In dem Moment, Rita greift meine Hand, meine Handinnenfläche. Schweiß gebadet. Ich reagiere körperlich auf Bewohner mittlerweile. Und dann hat die ganze Küche, wie das auf so Partys ist, angefangen, über welches Thema zu sprechen. Weil der hat es ja am Fuß gehabt. Über Krankheiten. Weil ja jeder was noch mal haben möchte. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dann haben die sich mit Krankheiten hoch, hoch, jeder wollte kranker sein als der andere. Kennen Sie solche Partys? Das sind was für Partys. Dürfen sie nicht mehr hingehen. Wegen der Spiegelneuronen. Sonst werden sie selber so. Alles nicht so schwierig. Und dann habe ich was gemacht, was ich nicht hätte machen sollen. Weil meine Frau sagt, lass den Mann in Ruhe, der kennt dich nicht. Und dann hatten die am, ich hätte es wirklich nicht tun sollen, weil meine Frau beim 8 Monat, da hatten die am Kühlschrank so einen Stift und da habe ich dann dran geschrieben, nachdem die alle über Krankheiten geschrieben haben, ich habe, habe ich, naja, ich schreibe 0800 300 700. Wissen wir, was das ist? Das ist die Kirchenseelsorge. Da können die Leute gerne anrufen. Aber nicht mir in meiner Freizeit, in mein Gehirn reinsprechen. Nie. Sorry. Ja, da, da, stopp. Stopp. Es kommt noch viel besser. Ich bin noch lange nicht fertig. Pass auf. Für Bewohner gibt es eigene Medien. Für Bewohner gibt es eigene Medien. Es gibt Zeitungen für Bewohner. Es gibt Fernsehsendungen für Bewohner. Mein Lieblingsbeispiel ist die? 10. Gedruckt für? Bewohner. Da lesen die 40 Seiten über das Thema? 10. Wahnsinn. In ihrer Freizeit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und deshalb haben Rita und ich uns dazu entschlossen, das machen wir nicht mehr mit. Das ist auf Dauer richtig anstrengend. Da gibt es jetzt auch noch ein paar andere Typen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit hier. Darf ich noch ein bisschen sprechen? Ist okay. Okay, pass auf. Ich mache mal nur die beiden wichtigsten. Also das haben wir schon gelernt. Mit Bewohnern, welchen Satz sagen wir denen nochmal? Für dieses... Mega anstrengend, der Satz. Ich sage Ihnen warum, weil wenn wirklich der Bewohner da ist, es war gestern im Flugzeug, war der Knaller, bin ich geflogen von München nach Frankfurt. Sitzreihe 15 E, ist auch egal wo. Auf jeden Fall komme ich da rein, setze mich hin, sitze ein Typ neben mir, wieder, in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Erster Satz. Normalerweise ist die Lufthansa auf dieser Strecke immer zu spät. Was ist denn das für ein Satz? Was ist denn das für ein Satz? Die war gar nicht zu spät. Das ist ein... Bewohnern. Dann habe ich geklingelt. Na, ich meine, das ernst, was ich hier sage, ich kann das nicht mehr. Dann kam die Stewardess, sie sagt, was ist los? Ich sage, ne, mir sitzt ein Bewohner. Sagt die, was? Ja. Mach ich nicht. Ende. Mach ich nicht. Und es gibt Gott sei Dank auch noch andere Typen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil wenn wir nur die hätten, können wir dicht machen. Bundesrepublik, Schloss dran, oder? Kurze Frage, wie viele Bewohner sind im Raum? Einer. Wenigstens ist er ehrlich. Wenigstens ist er ehrlich. Na gut. Dann gibt es noch die sogenannte Ameise. Wie heißen die? Ameisen. Das sind Menschen in ihrem Bekanntenkreis, die wollen einfach nur einen guten Job machen. Das sind so, naja, so durchschnittliche Menschen. Wie viele von Ihnen kennen die denn? Will keiner sein. Ne, klar. Ameise. Erkennen Sie im Büro daran, die Ameise, die nehmen ganz viele Aufgaben an sich, aber die wollen keine Führungskräfte sein. Und das Problem in Unternehmen ist folgendes. Weil ich spreche oft bei Firmen, bei großen Firmen und da reden wir immer über deren... Ja, wissen Sie, was da los ist? Ich habe ganze... Sie sind ja heute freiwillig hier hingekommen, das kenne ich ja gar nicht. Ich habe ja manchmal ganze Veranstaltungen voller... Die verstehen, die finden das auch nicht witzig, die lachen auch nie. Ne. Verstehen das auch nicht. Manchmal sitzt die ein oder andere dazwischen, die lächelt. Und dann gibt es noch den sogenannten Diamanten. Und Diamanten, das sind so Typen wie Sie, die freiwillig an einem Samstagabend sich mal richtig schön durchschleifen lassen. Das sind Diamanten, die wissen, dass das Leben zwischendurch mal ein bisschen an einem reiben muss, damit man danach glänzt. Ja, Sie sind sich freiwillig hergekommen. Das ist eine richtige Veranstaltung, oder? Ja, nicht. Ich frage ja. Wie viele von Ihnen wissen bis jetzt noch nicht, wo Sie gerade sind oder wurde mitgeschleppt? Okay. Wie viele von Ihnen wurden von Diamanten mitgeschleppt, sind aber eigentlich ein Bewohner? Nein, ich sehe. Wir wollen... Pacht auf. Eine Sache noch. Wir haben keine Zeit, Freunde. Es gibt noch einen Typen. Und davon gibt es ganz, ganz wenige. Wie heißen die? Superstars. Und dazu möchte ich Ihnen ganz... Oder euch. Wir duzen uns ja jetzt. Wir sind ja mit Ringen fest zusammen jetzt für ein paar Minuten. Möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Es gab eine sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben, da habe ich das alles nicht verstanden. Alles nicht. Ich war wieder offen für Psychologie. Ich habe einen Job gemacht. Da war ich durch und durch ein. Und dann habe ich mich in Amerika bei einer großen Firma beworben, weil ich konnte nicht mehr. Wie viele von Ihnen kennen Tage, wo Sie morgens aufstehen und Sie können einfach nicht mehr. Kennen Sie das? Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr nett zu anderen Leuten sagen. Ich war einfach fertig. Und da habe ich mich bei einer großen amerikanischen Firma beworben damals. Und die haben gesagt, bevor du hier anfangen darfst zu arbeiten, kriegst du erstmal eine Drill-Instructor-Familie. Ja, ich sage, was ist das denn? Ich komme aus Wuppertal. Und dann habe ich meinen Gastvater kennengelernt, Anthony Mapps. Und das ist für mich ein Superstar gewesen. Ich sage euch, was der mit mir gemacht hat. Das war nämlich eine Zeit in meinem Leben, da war ich auch noch richtig schön arrogant. Da habe ich gedacht, hier, ja, ich habe es drauf mit meiner Lernbehinderung. Fünf Schulen, zwei Kindergärten, Welt steht offen. So bin ich auch reingegangen in die Welt. Und dann habe ich den kennengelernt und der hat mir eine Welt gezeigt, die ich vorher nicht kannte. Und ich will euch nur einen Tag mit ihm erzählen. Ich bin bei denen eingezogen, das war meine Gastfamilie. Und da hat er gesagt, pass auf, morgen, da machen wir mal meinen Job zusammen. So, was ich beruflich mache. Da hat er mich geweckt, am nächsten Morgen um 6.30 Uhr steht ein Schulbus vor der Tür. Wie man das so kennt aus amerikanischen Filmen. Da hat er mir gesagt, für den heutigen Tag gibt es für dich, German, zwei Regeln. Du darfst nicht reden, du darfst nur zugucken. Da hat er mich in die letzte Reihe von diesem Schulbus gesetzt. Wir sind losgefahren und sind an die erste Bushaltestelle gekommen. Da standen sechs, sieben Kinder. Und in dem Moment, wo der Bus hinfährt, fangen die ganzen Kinder an, hochzuspringen und seinen Namen zu schreien. Tony, Tony. Und ich habe in die letzten Reihe gesetzt und habe gesagt, das ist anders als in Wuppertal. Ja, ihr lacht, da vergab es bei uns wirklich nicht. Da hat er die Tür aufgemacht, dann sind die Kinder reingelaufen, haben ihn in den Arm genommen und auf die Wange geküsst. Habe ich gedacht, auch das ist anders als in. Und dann kam ein Schlüsselmoment. Und das hat wirklich so viel in meinem Leben geändert im Kopf. Dann stand an einer Bushaltestelle ein kleines Mädchen. Die war vielleicht sechs oder sieben. Ein schwarzes kleines Mädchen, ich sehe sie heute vor mir mit roten Schleifen im Haar. Und er macht die Tür auf, das kleine Mädchen kommt rein. Anthony Mapps steht auf, hat eine kleine Gitarre in der Hand und spielt für das Kind Happy Birthday. Oh. Und ich habe da gesessen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden in dem Moment. Und dann hat er unter seinem Sitz eine Schuhbox rausgeholt mit Aluminium umgewickelt. Da waren kleine Geschenke, den durfte sie rausnehmen, weil war ihr Geburtstag. Und dann bin ich zu ihm nach vorne gegangen in der Pause. Ich sage, Toni, wann habt ihr denn hier den Gitarrenkurs gemacht mit dem ganzen Busfahrer? Ihr müsst das doch machen mit der Singerei, da macht doch keiner freiwillig. Dann sagt er zu mir, ich wusste nicht, dass du so wenig übers Leben weißt, German. Dann haben wir nachmittags die Kinder abgeholt. Da sind die alle in den Bus reingekommen und wenn sie eine gute Note hatten, was A oder B ist, hier eins oder zwei, durften sie ein Geschenk aus der Magicbox nehmen. Und dann habe ich abends beim Abendessen bei ihm gesessen und habe gesagt, Toni, um die Geschichte abzukürzen, für mich bist du kein Busfahrer. Er hat gesagt, nee, ich liebe einfach nur Kinder. Und wenn du deine Passion findest, brauchst du nie wieder in deinem Leben zu arbeiten. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe geheult an den großen Brüsten seiner Frau Susan. Weil ich hatte das nicht. Sie seht sie hier im Kopf schon. Ich hatte das nicht. Ich hatte weder dieses Gefühl von Freude in meinem Leben, in meinem Umfeld, war nur... Und plötzlich treffe ich einen Superstar. Und wisst ihr, was Superstars machen? Das sind Leute, die hier in diesem Raum sitzen. Und ich sage euch, warum ihr Superstars seid. Wer freiwillig an einem Samstagabend zu so einer Veranstaltung kommt, das sind die Leute, die die Welt verändern. Weil wir als Menschen müssen die Veränderung sein, die wir gerne in anderen sehen möchten. Vielen Dank für die letzten 20 Minuten. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.